Manu Connet, das französische Mittelfeldtalent von Borussia Mönchengladbach, hat bei den Olympischen Spielen in Paris Silber gewonnen. Doch während die Fans in Frankreich und am Niederrhein den Erfolg feiern, stellen sich bei Borussia Mönchengladbach zunehmend Fragen zur Zukunft des 23-jährigen Talents. Connes Traum von Gold ist geplatzt, doch sein Wert auf dem Transfermarkt könnte weiterhin glänzen. Dennoch könnte dieser Wert für Gladbach nicht die erhofften finanziellen Früchte tragen. Das Finale bei Olympia gegen Spanien war andramatisch kaum zu überbieten. Frankreich kämpfte sich in einem packenden Spiel zurück und zwang die Partie in die Verlängerung, nur um dort letztlich mit 3 zu 5 zu unterliegen. Connet, der bei diesem Turnier eine starke Leistung zeigte und verletzungsfrei zurückkehrt, hat seinen Marktwert auf der großen Bühne weiter in die Höhe getrieben. Doch die Frage bleibt, wird der Borussia Mönchengladbach noch in diesem Sommer verlassen? Die Gerüchteküche brodelt Zuletzt wurden Klubs wie AC Mailand und Paris Saint-Germain als mögliche Abnehmer für Connet gehandelt. Jetzt gesellen sich auch Newcastle United und Juventus Turin zu den interessierten Parteien. Für Gladbach wäre ein Verkauf des dynamischen Mittelfeldspielers eine lukrative Option, besonders da der Marktwert des Franzosen aktuell auf rund 20 Millionen Euro geschätzt wird. Diese Summe wäre für die Fohlen entscheidend, um eventuell noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden und die Defensive zu verstärken. Doch wie viel von diesem Geld würde tatsächlich in die Kassen von Borussia Mönchengladbach fließen? Hier könnte der Haken liegen, der den Klubbossen Kopfzerbrechen bereitet. Wie aus Berichten der Rheinischen Post hervorgeht, hat Connes ehemaliger Verein, der FC Toulouse, Anspruch auf einen Teil der Ablösesumme. Dieser sogenannte Zellon-Klause könnte Gladbach eine beträchtliche Summe kosten und den erhofften finanziellen Spielraum deutlich einschränken. Und das ist noch nicht alles. Neben den Abgaben an Toulouse würden auch Beraterhonorare fällig, die bei einem Transfer dieser Größenordnung nicht unerheblich sind. Zudem hat Borussia erst kürzlich 7 Millionen Euro in die Verpflichtung von Tim Kleindienst investiert, was ebenfalls Druck auf die Finanzen ausübt. All dies bedeutet, dass ein potenzieller Kone-Transfer bei weitem nicht den erhofften finanziellen Spielraum schaffen könnte, um die Mannschaft nachhaltig zu verstärken. Doch es gibt noch eine weitere, nicht zu unterschätzende Komponente. Die Zeit. Das Transferfenster schließt am 30. August und die Uhr tickt unerbittlich. Sportchef Roland Wirkus steht vor der schwierigen Aufgabe, das beste Angebot für Kone herauszuholen, ohne dabei den Klub in eine finanzielle Bredouille zu bringen. Ein Verkauf unter Wert könnte sich langfristig als Fehler erweisen, besonders wenn die erwarteten Einnahmen durch diverse Abgaben geschmälert werden. Während die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach also weiter an einer Lösung arbeiten, bleibt die Zukunft von Menjou Kone ungewiss. Wird er noch in diesem Sommer den Verein verlassen? Oder wird Kone trotz des Wechselwunsches des Spielers versuchen, ihn zu halten, um finanzielle Einbußen zu vermeiden? Die kommenden Wochen werden es zeigen. Was denkt ihr? Sollte Gladbach alles daran setzen, Kone gewinnbringend zu verkaufen, auch wenn die Einnahmen nicht wie erhofft ausfallen? Oder wäre es klüger, den talentierten Mittelfeldspieler zu behalten und auf eine Wertsteigerung in der Zukunft zu hoffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und diskutiert mit.